servus pyrus herzlich willkommen zu einem neuen video heute im test die gold von leslie eine kleine low budget batterie hatte ich jetzt schon länger nicht mehr zuletzt hatte ich sie vor lass mich lügen drei vier jahren da hatte ich die allerdings 24 mal die batterie und habe eine ganze ve davon an silvester verballert auf einmal war richtig richtig geil anzusehen eine 10 schuss batterie 50 gramm nem 20 sekunden brenndauer 10 meter effekthöhe zehn schuss wie gesagt ja mal gucken ob sie noch genauso nett ist wie vorher wie gesagt keine riesen zerleger für das geld kann man aber auch nicht erwarten und dann legen wir los mit dem test der gold von leslie viel spaß leslie gold auf geht's wahnsinnig schön kommt auf der kamera aber nicht mal ansatzweise so rüber wie es in echt ist gefällt mir aber echt gut nach wie vor noch eine schöne low budget batterie kann man sich echt holen ja